ja schon wieder so ein Wurm ja nehmen wir das Platinum auf jeden Fall mit das wird uns hier so schön angezeigt hier Kisten sollten uns eigentlich auch angezeigt werden wenn uns Vasen angezeigt werden ich will das Platinum auch noch da haben ja ich hätte eigentlich so einen Stab mal werfen können alter das fackt doch nicht ab ja Platinum können wir immer nehmen ich meine wir können uns ja eine Platinum Rüstung machen wenn wir wollen bei theoretisch aber nur wenn wir wollen so eigentlich war der Cheetah-Trank so aber nur ach jetzt müssen wir auf die Scheiße durchbrudeln äh ist doch auch dunkel ne also ich muss echt nichts unterschätzen so komm dich runter du Arsch da ist noch ein bisschen Platinum aber da kommen wir nicht ran ohne dass wir verrecken also lassen wir das mal lieber die Höhlen werden aber auch immer beschissener so so deswegen gehen wir mal nach da hinten und gucken uns mal da hinten rum das geht noch drei Minuten hier ich sollte diese drei Minuten vollstens ausnutzen ich meine da ich Demonite schon mit der Platinum ach ähm Demonite sag ich schon ähm Criminite Ore oder wie auch immer das heißt das baue ich jetzt da unten nämlich ab weil ich das schon abbauen kann habe ich ja quasi ähm oh ich weiß es nicht äh kommt als nächstes jetzt dran für mich eigentlich muss ich den Weltenfresser spawnen aber ich weiß jetzt nicht was hier gespawnen wird darüber habe ich gerade keine Ahnung wenn ich nicht bin so viel schöne Herzen wenn man so mal hinguckt ja wie viel man doch eigentlich übersieht wie heißt es Criminite Ore so jetzt wissen wir was ja jetzt bauen wir uns mal hier so lang ah die Spelunkapaution nennt man sie ja auch auf Englisch hat jetzt nicht wirklich viel was gebracht alter das ist aber auch einiges was da unten ist ne wir müssen eigentlich tiefer und hoffen dass wir da mal irgendwas finden ne Bombe so wunderschön brauche ich nicht aber bauen wir uns aber hier weiter runter gucken mal was wohin wir hinkommen da ist nämlich noch viel mehr Platinum wir können uns ja mal versuchen oh sorry wir können uns ja mal versuchen mal ne Platinum äh Rüstung zu machen ich meine hier ist ja ein bisschen was ne jetzt da hinten links noch ne ich glaube da gehen wir gleich mal hin da buddeln wir uns gleich hin ne so stopp mach mal so weiter hin also zweit wäre der Terrarium auf jeden Fall schon ein bisschen einfacher oder in der Gruppe jedenfalls weil äh man sich dann ein bisschen die Arbeit so ein bisschen aufteilen kann einer kann oben mal so gucken und erkunden und so andere farmt oder zusammen farmen geht dann auch schneller weil man zusammen abbauen kann und so deswegen warte ich mir noch ne Minute dann war's das auch schon na egal so Platinum oh schön mitnehmen alles mitnehmen was geht ich weiß noch 50 Sekunden quasi oder 40 hier gesagt dann war's das auch schon aber dafür haben wir ne fette Ader von diesem Platinum erwischt und jetzt buddeln wir uns noch rüber nach da hinten zu dem Platinum da unten wird gleich verschwinden und ich werd's dann nicht mehr sehen aber das nehmen wir auf dem Fall da noch mit wo häng ich denn jetzt an achso an dem Stein glaube ich oder hab ich noch ne Spielonker pauschen mehr hab ich nicht so Platinum oh hab ich denn jetzt schon mittlerweile 43 und so das ist nicht viel wenn ich nicht bin hier ist noch ne Höhle hier ist ne Höhle ja oh oh man wie rückhaltig das noch verschwindet immer direkt oh ich glaub hier müssen ne Höhle sein so wie das aussah grade gleich nach unten bauen ich hoffe etwa irgendwas ja da sie's mal über uns vielleicht werden Goldtruhen ja doch nicht markiert und ich hab jetzt Glück und finde leu das ist so n so n hier so überall wo so Smaragde und alles dran ist ist ja cool noch nie gesehen und Rubine ja das ist ja geil Arlet mitnehmen brauchen wir vielleicht noch mal irgendwann so nimm mal mit du Homo ja das an den Wänden will ich jetzt nicht abbauen bauen jetzt noch mal ein bisschen hier rüber und dann gleich jetzt hier runter am besten irgendwo hier müsste das jetzt sein gleich eigentlich eigentlich ah da unten ist ne Höhle da sehen wir mal da unten ist es ja auch schon ne so platzieren das ist schon ein bisschen Platinum Ohr ja was ich hier finde das ist schon mal richtig gut ne so nimm mit Arlet mit dem außer das Eisenerz das ist ja wie cool einer der ersten Bosse die man zu bekämpfen hat den natürlich werden wir ehrenhaft bekämpfen aber wir gucken uns erstmal hier noch in der Höhle rum ich nehme mir hier irgendwas die haben wir nicht umsonst wir haben echt kein Glück mit Magic Mirrors ne also ohne Witz das ist echt blöd bei uns ich hab da oben war ne Falle nachteilentrank können wir eigentlich mal benutzen ne ich meine dann sehen wir glaube ich mehr ne die so trotzdem ist das eine Maus ist das Platinum da unten ist das Platinum das ist Platinum Juhu ja gut einer ähm Platinum Rüstung müsste eigentlich nichts im Wege stehen wenn ich ehrlich bin also das sollte auf jeden Fall safe mal drinnen sein das ist doch ein Leuchtwurzel gewesen das ist wichtig das brauchen wir noch woraus kann ich mir nämlich diese Höhlen Forscher Tränke machen da oben ist auch noch ne Höhle warte da gehen wir als erstes hin weil wir wollen ja weiter nach unten und die ist ja eben weiter oben ein bisschen ah da ist aber nix ne da ist nix interessantes ne ne Recoil Potion immerhin oh wollte ich nicht äh immerhin ne Recoil Potion ja damit kommen wir schon mal zurück falls wir das kann nicht wahr sein haben wir einen Luck Leute holy moly haben wir den Luck alter das ist echt krass also die Fallen sieht man echt kaum also das ist echt schlimm ha ha haben wir den Wohr mit gekillt cool oh das ist wieder ein Raum ja cool geil da gehen wir natürlich hin kann ja ein Magic Mirror drin sein ne Obwohl der Raum sieht sieht man aber nicht so nach einem... Oh, der ist aber ein bisschen größer. Da könnte die Chance bestehen. Das ist eine gelootete Truhe. Oh, das Bild, das hängen wir uns oben auf. Tyrannic Gothic. Ist das ein Klavier, Alter? Ja! Endlich! Geil, Leute. Wir haben unseren Magic Mirror. Juhu, geil. Ja! Haha! Ich freue mich. Da hat das ja richtig geil alles ausräumen. Außer das hier. Das brauche ich nicht. Ja, Mann! Und noch ein Auge von Cthulhu. Cool. So, nehmen wir natürlich mit. Warte mal, kannst du irgendwas machen? Könnte ich nicht, aber irgendein Piano, dort können wir auch... Oh, jetzt, äh... Nicht, dass wir den ausüben benutzen. Ja, geil, jetzt haben wir einen Magic Mirror. Cool. Werden wir gleich trotzdem die Recoil Potion benutzen. Einfach, ja? Weil wir es können, ne? Ey! Du Arsch! Hau ab! Geh weg! Oh, gleich wird's wieder ein bisschen dunkler, ne? Weil... Ich hab mir so einen Nachtäulen dran genommen. Ja, geil, Leute, würde ich sagen, ne? Ja. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was an Herzen, auf jeden Fall. Ich muss noch gucken, was da oben ist. Da oben ist auch ne Leuchtturse. Die will ich haben. Die will ich haben. Oh, da ist noch Platinum sogar. Cool. Ja, also... Ist auf jeden Fall noch ein ertragreich... Ja, ertragreich, muss man sagen. Immerhin ein Magic Mirror. Und ein Herz schon sogar noch gefunden. Das freut mich. Juhu! Vielleicht können wir uns da schon mal Platinum Brust oder so machen. Könnte auf jeden Fall mal drinnen sein. Oder wäre ziemlich gut, wenn das mal drinnen wäre. Sonst ist hier einfach nichts, ne? Außer die Leuchtwurzel und die Leuchtwurzelsaat, was ziemlich gut ist. Ja, wirklich alles erkunden hier. Also, ich gehe hier... Ich darf hier einfach nicht rausgehen, ohne dass ich etwas nicht erkundet habe. Eigentlich will ich so ein geiles Grünes, wenn ich das schon haben. Deswegen sollte ich mir den Sarak mal halt mitnehmen. Könnte ich es mir denn schon reiterisch machen? Könnte ich, ja. Weil ich habe schon lieber 15. Und man braucht für den Laser, ich werde nur 15. Glaube ich, oder? War das so? Ja, das ist echt schwer. Alter. Ach! Ja. So, bin ich ein bisschen Nubi Nubi gewesen. Ah! Da spielt jemand Counter-Strike. Wie schön. So. Hier ist alles durchsucht, Leute. Hier haben wir jetzt alles. Nix, ne? Das ist eine Krabbe, die brauche ich nicht. Oh, noch mehr Platinum. Cool. Also, auf jeden Fall, es gibt... Wir haben auch gelesen... Deswegen auch bei der Corruption, dass es zwei Corruption gibt. Ich habe gelesen, dass es zwei Corruption gibt. Einmal die eine mit Demonite und einmal mit meinem. Ich hoffe, unsere ist mit dem Ohr vom gleichen Wert her. Und es gibt auch in manchen Welten kein Diamant oder so. Oder kein Platinum, so wie wir jetzt es haben. Dafür gibt es ja was anderes da eben. Genauso wie es kein Eisen gibt in manchen Welten. Dann gibt es da eben Lead-Ohr, was eben genauso gleich ist. Ist eben in meiner Welt gerade so. Ja. Also aus meiner eigenen Erfahrung her. Weiß ich, das waren wir da unten schon? Nein, waren wir nicht. Wir sind auf jeden Fall in unbekannten Gebieten hier unterwegs. So viel steht fest. Die Leuchtwurzel, nicht in den Spiegel benutzen. Ich muss noch hier ein bisschen unterwegs sein. Ich fühle es ja auch, Eisenerz gibt es hier aber richtig satt, ne? Muss man mal so sagen. Oh, ich bin aber froh, dass ich jetzt nicht in den Spiegel habe. Da fällt mir ne Last von der Schulter, Leute. Da fliegt er weg. Da kommt noch ein Piranha. Wo kommst du denn her? Du Arsch. Oh Gott. Oh Gott. Zack. Fliegt dein Kopf auch schon. Moin.